Im Zentrum von Wiel, an der autofreien oberen Bahnhofstrasse, hat sich der Allgemeinmediziner Dr. Urs Germann vor 20 Jahren niedergelassen. Seine Praxis im zweiten Stock des Hauses Schild ist gut erreichbar und rollstuhlgängig. Als Hausarzt ist Dr. Germann Anlaufstelle für fast jede Art von Erkrankung. Dank regelmässiger Fortbildungen und intensivem Selbststudium behält er den Überblick über die neuesten Entwicklungen in der Medizin. Die persönliche Beziehung zu seinen Patienten ist Dr. Germann besonders wichtig. Grundlage jeder Diagnose und jeder Behandlung sind ein ausführliches Gespräch sowie eine gründliche Untersuchung. Verdachtsdiagnosen kann der Mediziner durch Untersuchungen im praxiseigenen Labor in kurzer Zeit erhärten oder ausschliessen. Als Mitglied im Ärztenetzwerk unterhält Dr. Germann gute Beziehungen zu Spezialisten und Spitälern. Die Autonomie der Patienten zu fördern, ist ihm wichtig. Deshalb überlässt der erfahrene Arzt die Entscheidung für oder gegen eine Behandlung seinen Patienten. Regelmässige Hausbesuche, auch bei Notfällen, sind für Dr. Germann selbstverständlich. Er betreut auch Patienten im Alters- und Pflegeheimen sowie Suchtkranke. Im Mittelpunkt steht der Patient. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Netzabzig module